herzlich willkommen zurück zu let's play saints road 2 ja in der letzten folge sind wir schon den kings auf die nerven gefallen dann machen wir das jetzt genauso weiter indem wir den nächsten auftrag gegen die kings annehmen alte freunde ja Nein, ich erwartet, dich zu erinnern, wo du von kamst. Oh, schau dich, Johnny. Schau mich? Schau dich! Du bist derjenige, der ausführend zu sein ist. Die einzige, die du erinnerst, wer wir sind, ist, wenn du etwas möchtest. Meine Sister wurde gebrannt. Und ich bringe sie zurück, nicht wahr? Nein, er hat es. Bullshit. Ich habe ihm gesagt, es zu tun. Keine Entschuldigung. Schau, wenn du mir helfen willst, hilf mir. Aber nicht du wirst versuchen, es zu mir zu halten. Okay. Okay. Okay! Aisha hatte später mal kürzere Haare. In ein paar Minuten. Das ist, wenn wir sie wegnehmen und die Weißklinge einen schönen F*****, während wir da sind. Ich will, dass du Aisha zur Session nehmen kannst. Aber auf der Weg, stopp in der Chop Shop, um deine Fahrzeuge mit C4 zu verpacken. Park die Auto in der Studio und wegschau dich aus. Aisha, sicher, dass jemand dich sieht, bevor du rauskriegst. Johnny, ich mag es wirklich. Alles klar. Ich werde das Platz aufbauen. Okay. Also, begib dich in Aisha's Auto. Machen wir. Das ist der einfache Park, glaube ich. Ja, so weit, so gut. Dann, fahre zur Garage. Okay. Are you new? I don't remember you hanging around the road. Ja, ich bin neu. Aber ich kann nicht antworten, tut mir leid. Hey! Ich bin einfach stumm. Ich kriege erst in Teil 2 eine Stimme. So, does Johnny talk about me at all? Er wird später viel über dich reden. Ähm, zurück. Dein Reich komme. So, äh, you don't talk much, do you? Wo muss ich denn hier reinfahren? None of this would have happened if I didn't sign on with Warren. Wer ist denn Warren? Muss ich mir da Sorgen machen? Wo muss ich jetzt da reinfahren? Thanks for getting me out of this. Oder muss ich da einfach nur in den Laden reingehen? Ach, jetzt geht die Garage auf. Aber einmal. Ja, das ist natürlich... Wahrscheinlich bin ich zu schnell gefahren. Das sagst du mir jetzt! Verdammt. Fan Nummer 1. Oh, verdammt. Hör auf, hör auf! Nicht! Ich explodiere gleich! Wo muss ich eigentlich lang? Da komme ich nicht lang. Wo muss ich denn hin? Äh, okay. Über die Straße komme ich nicht. Ah! So, okay. Hey, 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 slow down! We don't want to hit anything! Doch. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung. Ich komme jetzt nachher an vorbei. Noch nicht, aber bald. So. Geschickt umgangen dieses Manöver. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber hey. Im schlimmsten Fall fahren wir jetzt gegen eine unsichtbare Wand. So. Noch sind wir hier die Luft geflogen. Das ist ein gutes Zeichen. Irgendwie. Warum? Ich komme auch bekannt vor. Da hinten müsste dann irgendwo auch ihr Wohnviertel sein, wo sie später dann wohnen wird. Ah ja. Wir sind da. Die Sieben-Tage-Theorie. Die Sieben-Tage-Theorie. Die Sieben-Tage-Theorie. Wenn wir gerade bei den Weißkings sind, dann machen wir gleich. Wir wollen ja wissen, was mit der Isha passiert. Da, das sieht doch nach einem guten Auto aus. Madame, bitte steigen Sie aus. Das war jetzt aber fies. Also, so rabiaat bist du in den anderen Teilen aber auch nicht mehr vorgegangen. Hast du die nur K.O. geschlagen. Und mach mal die Musik aus. Ich krieg da nur Ärger von der GEMA. Ja, wenn es weiter nichts ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ist erst Halbzeit. Kein Wert, nein, das ganze Video etwas länger wird. Aber mein Gott, damit muss man leben. Hier irgendwo. Ah ja. Lass es übrigens losfahren. Ein romantisches Abendessen. Oh, lecker, romantisch. Bei French Pitch. Ich kriege nicht. Ich bin es nicht mehr. Sie sind nicht gut. Ich habe zu sagen, Isha. Auf dem Randall ist Tanya. Sie hat sich F-B die Leute in jedem Sinne. Nicht nur ist sie Blählöser King's Bodyguard, Big Tony, aber sie ist F-B die Warrerin-Williams, die Numbers-Güpfle, immer Tony nicht schauen. Und zwischen Tony und Warren, die nur die Person sie nicht leiden können, ist der K.O. Ich denke, wenn wir die Hör auf Tanya, dann f-B die Vise-Kings. Sie hat eine Operation in Prong Court. Das ist wo wir beginnen. roll in there and put the murder on anyone you see customers included who wants to die for a blowjob right when you go for tanya be careful she probably got some muscle in there okay tanya kennen wir aus saints row 4 da kam sie mich in eine erinnerung von king zurück also irgendwie und wir müssen auf alle fälle sie wird sterben spätestens jetzt aber sonst weiß ich ehrlich gesagt gar nichts über sie so patrouille übrig vergiss nicht zu verhüten ja macht das mal ihr könnt übrigens sagen wenn ihr was anderes sehen wollte ich werde die folgen relativ immer zeitnah aufnehmen also zumindest ist das mal der plan wenn ihr irgendwas spezielles mal sehen wollt sagt einfach bescheid ok ich nehme die pistole doch polizei polizei da ist eine schießerei ok der nächste wir sind irgendwo da oben tschuldigung jungs und menüts wo seid ihr Okay, ich glaube, hier lang. Ja. Okay. So. Jetzt brauche ich noch die andere Waffe. Bleibst du hier? Das hätten wir erledigt. Ja, geh mal ans Telefon. Ja, Augenblick, ich muss jetzt erstmal hier sehen. Yeah! Wer hat da das blöde Auto dahingestellt? Ach, das glaube ich war ich, dem ich den Fahrer umgebracht habe. Egal. So, da rein. Oh, da sind einige. Komm raus, komm raus, wo immer du steckst. So, da hinten noch welche? Nee, und hier muss ich, glaube ich, rein. Genau. Verteidiger übrig, 14 noch. Nein, das ist... Nein, das ist einfach Verteidiger. Hallo? Komm her, verdient. So was du würdest jetzt nie sagen. Aber der heißt gar nicht. Kommt raus, kommt raus. Ich weiß, wo hier steckt. Ach, komm, da komme ich halt hoch zu euch. So, hier sind noch ein paar. Hallo, Schatzi. Ich hoffe, du kannst zum Abschuss. Denn jetzt habe ich dich gerade abgeschossen. Ich glaube, das ist der falsche Dirty Talk für die Verbindung. Aber egal. So, da drin ist noch... Nee, der ist drunter, drunter. Hier ist noch einer. Auf der Ebene. Hallo, Schatzi. Ich will jetzt gar nicht wissen, was ihr da getrieben habt. Da hinten sind noch welche? Noch insgesamt fünf. Entschuldigung. So, das ist endlich. Okay. Wie lade ich nach? Nein. A mit A. Okay. Mit A nachladen. Das ist auch irgendwie strange. So, hier hinten sind noch welche. Hier ist doch ein Schuss von meinen. Dann geh doch zur Schule. Ich bring dich nicht um. Also, noch nicht. Ist sowieso viel besser, wenn du was lernst. Kannst deine Steuererklärung machen. Äh, ich bring dich nicht um. Und das war der letzte. Die Weißkings. Sind die Weißkings. Die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit? Contractors that owe us. Convince them to hook us up. That takes care of the building. As for Aisha, throw together some memorial box set. People eat that shit up. That should recoup some of our losses. How's Tanya's side of things? Grip is short, Mr. King. I'm not happy, Anthony. You said she could handle it. It's not her fault, Mr. King. The Saints have been fucking with us. That's what I'm talking about! Are you gonna let these bitches disrespect us? Everybody calm the fuck down. We ain't gonna start a war every time some motherfuckers act hard. We gotta talk about the Saints. Thank you! Hey, baby. They've taken Prawn Court. How did this happen? How the fuck you think it happened? Look, we need to get together here and just... What we need is for you to shut the fuck up. You feel me? Yeah. What? Yes, Mr. King. I'll have Monroe put some pressure on the Saints. While they're distracted, it should be easy to take back what's ours. Everything else is business as usual. Understood? Now, this meeting is over. So, und das war's dann auch wieder für die Folge. Wir haben jetzt den Porn Court, das Red Light District, bekommen. Und du hast genug Respekte verdient, um einen neuen Auftrag frei zu... Frei zu... Frei zu was? Da fällt die Übersetzung. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin sage ich danke. Oh, unsere Bude sieht schon besser aus. Nee, aber wir sind immer noch im... Nee, das ist gar nicht unsere Bude. Das fällt mir ein, das ist immer noch das Rotlicht im Milieu. Egal, in der nächsten Folge, dann sehen wir uns wieder und wir werden... Gucken wir mal ganz kurz. Haben wir noch eine Mission? Ja, da hinten haben wir noch eine Weißkingsmission, die werden wir dann in der nächsten Folge auch noch machen. Das ist dann eine Weißkingsfestung. Ja, die Weißkingsfestung werden wir dann auch einnehmen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut! Ja, da hinten geht's gut.